hi leute und herzlich willkommen bei meinem übersteuerten mikro und ein paar news für heute news am montag könnte man fast dazu sagen mache ich aber nicht egal heute abend 19 uhr live stream binding of isaac und naja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes mal schauen hoffentlich funktioniert twitch wieder weil das am sonntag war ich doof da hätte ich nämlich auch noch viel länger live streamen gekönnt eigentlich aber doof ist egal dann ist mein ds capture device endlich heute angekommen ich bin gerade am einbauen bzw ich brauche noch etwas dafür was ich mir wahrscheinlich erst morgen holen kann deswegen war könnte es klappen dass ich am donnerstag die erste folge super mario 64 wieder aufnehmen oder hochlade besser sagt muss mal schauen hoffentlich klappt alles beim einbauen kein takt ist heute weil die monster hunter folge länger wurde das ist halt das doofe wenn es halt zwischen 15 minuten und 30 minuten irgendwas dazwischen liegt dann kann ich nichts machen ich meine ich möchte die episode auch nichts mit sinnvoll mit sinnlosem zeug füllen deswegen wenn sie als 22 minuten geht dann geht sie als 22 minuten und ich muss das halt auch hochladen und dann dann schaffe ich keine drei episoden am tag das echt doof ist weil ich die tagtels folge sogar schon aufgenommen habe mal schauen aber ich krieg die auf jeden fall auch noch hoch keine sorge naja ihr könnt euch auf eine längere monster hunter folge heute freuen deswegen also was heißt länger 23 minuten sind glaube ich oder 22 minuten naja das war's die news für heute und für die dies interessiert ich brauche für das des capture device noch einen kabel um das um den audio output aufzunehmen also klinken stecker eigentlich im prinzip mehr nicht ich werde das dann mit hilfe meines laptops auch noch mit aufnehmen joa dann hätte ich eigentlich glaube ich so gut wie alles was ich brauche das war's dann von mir für heute ciao leute